888 doch gaststätte auf jeden fall aber gibt eine abkürzung soll ich das eben machen sagt sie mir einfach über die berge drüber balzen ja und was wenn der hänger umfällt passiert nicht über die berge damit ich zeige dir wo hauptsache ich bin die ganze zeit schon nicht mehr am sehen das ist voll dumm so das wächst doch oder ja haben wir da nicht den helfer ich bin noch mit dem gelben trecker unterwegs hier über den berg einfach gerade fahren so wie ich stehe da geht es ja auch lang weißt du wie viel mafio ein ei verdient keine ahnung also ich weiß wenn man wie viel war er war das 56 eier hier sind 1700 da drüber darüber darüber genau ach du scheiße ich muss mich beeilt dass der rap sieht schon ein soll ich spritzen oder was ja aber ist er doch schon oder ja er ist gespritzt ja dann brauchst du nicht noch mal spritzen ich glaube da bringt nichts hast du pflanzenwachstum auf langsam auch mehr auf schnell ja das ist natürlich blöd ich habe gerade auf langsam gestellt es müsste hätte die ganze zeit schon auf langsam sein müssen dafür haben wir aber verdammt viel noch geschafft gehabt ja bei mir ist aber auch die letzten drei rein also die letzten drei mal hin und her war mir letztes mal kaputt ja vorrottet also der rest ist komplett kaputt nee ich kann noch was retten nur sein streifen ist wenn jetzt mal bei escape bei info tropft höchst und wachstumsphase das siehst du dass ein kleiner streifen rot ist bei mir ist alles grün du musst da ganz ganz links an dem feld also da ja da habe ich es gesehen und du siehst du hast noch nicht gespritzt und du siehst es ja gerade hier hier ist nichts nach ganz rechts das ist das ist nicht das ist verfolgt nein auch da wo ich gerade drüber fahr ist nicht verfolgt nein aber ganz recht ist nein kann es sein dass es noch ziemlich viele anzeige fehler hat ich glaube schon teilweise wahrscheinlich wegen multiplayer und so ich habe auch also bei mir ist da auch was folgt hier ist auch nichts verfolgt echt jetzt nicht ich werde ich mir jetzt die spritze schnappen ganz schnell und was bringst du jetzt schon wieder weg ich habe kartoffeln weg 127 uns fehlen 3000 3000 bringen die bringen die kleine sähmaschine weg ja bitte diesmal nur die keine sähmaschine ja raps bringt nichts 2300 naja wenn du jetzt kannst du ja wieder vorbewussten die zeit nee weil andere fällt auch schon wieder fertig ist ja stimmt verdammt ich bin jetzt schon am spritzen jetzt aber eine stunde kannst du doch ja aber dann verkauf lieber den kleinen die kleine sähmaschine nicht verkauft ist der 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 drescher weil der soll so das alte stück unserer sammlung sein habe ich mit minecraft 953 so abgemacht das ding darf nicht verkauft werden wird mein bruder auch was spielt dein bruder minecraft landwirtschaftssimulator 2013 ein kommentar ganz schön schwer ich finde jetzt nicht also ich finde es geht also diesmal werfe ich wirklich die sähmaschine in diese in diesen schuppen rein und fahr ganz schnell weg nicht dass er gleich wieder meinen trecker verkauft du musst nicht in den schuppen reinstellen du musst auf diese komische fläche darstellen meinte ja einfach nur in dieses gebäude und hänge und hänge den traktor ab jaja fahr da raus das ist uns ehrlich gesagt noch nie passiert was dir passiert ist wie gesagt es war nur das ding angezeigt der grüger und na gut ich höre jetzt sowieso direkt mit frontlader also daher wenn du den verkauft hast kannst du den den trecker wegbringen und ich hole direkt mit frontlader verkauft ja ok fehlt noch immer was 129.000 wir haben noch raps im lager ja aber nicht die preise die passen gerade voll nicht mhm so ich bin jetzt sofort fertig mit spritzen sobald du fertig bist hier das fällt muss dringend wir haben nur noch raps ach komm du kannst doch wohl die ladung 5500 verkraften mit 200 pro tonne weniger das ist vielleicht 1000 ich guck mal eben wie viel wir noch im wie viel haben wir denn noch was haben wir denn überhaupt noch im lager wir haben nur noch raps im lager ja und das andere habe ich weggefahren ja dann warte wenigstens eben so lange bis wir das restliche raps da abgeerntet haben aber Eier können wir doch abgeben ja ich habe die aber noch nicht alle eingesammelt sind wir noch über 50 im gehege ja dann mach das das sind 1800 ich bin aber noch nicht dazu gekommen ich muss jetzt erstmal den trecker wieder sehen lassen wie das fällt jetzt auch schon wieder fast komplett wechsel trecker ich muss jetzt erstmal den trecker hier sehen lassen oder lässt du den sehen dann sähe aber auch ja wechsel trecker den achso ja umbauen definitiv oder soll ich erstmal hier hast du fertig gespritzt ja ist alles gespritzt ja das komplette linke Feld das linke also die kleinen ja die das inzwischen große ok das rechte ist fertig wo ist denn der Seher hin der steht am Feld hinten hinten nach ganz hinten ja ja da war der fertig weißt du also da war der ähm als ich den abgehängt hab ja boah kennt ihr das auch dass wenn du zwei Monitore hast und ein bisschen zu weit nach rechts gehst du hier im Landwirtschaftssimulator dass die Maus da immer rauskommt ja voll ätzend lalala lalala wir sammeln ein lalala wo ist eigentlich der ach der hat ja das Golfkart versemmelt darf da aber einen Helfer einsetzen oder ja da darfst du einen Helfer einsetzen du kannst du oder ich möchte gerne diesmal Eier wegbringen damit die Zuschauer das auch sehen boah ich vergesse die ganze Zeit dass wir im Let's Play sind ja ey das ist echt so ne du vergisst teilweise bei diesem Spiel wirklich dass du oder ich vergesse das bei manchen Spielen echt dass ich im Let's Play bin also so am meisten wenn ich so Together aufnehme ehrlich mhm bei Together Aufnahmen vergesse ich das manchmal einfach der Helfer bleibt stehen wenn man sich das vorstellt ist ja witzig ja der ist halt ähm realistisch da will ich ja nicht umfohlen das Spiel ist doch Realismus pur das ist total überhaupt nicht unrealistisch man kann in Wirklichkeit Trecker zurücksetzen kann ich eigentlich auch Eier einsammeln ne ich glaub nicht aber wir haben 59 60 Eier jetzt wenn du willst kannst du ne ich wollte ja wegbringen ich mein ich seh sie vielleicht nur nicht ne ne du kannst ja da einfach mal durch die Gegend laufen ich glaub wir haben momentan noch keine also sind da sind sowieso keine Eier mehr drin der Helfer will dich nicht abhören er will ja noch seine Kohle haben stimmt der Helfer der kostet uns jetzt auch was ne da ist unser Trecker wieder weiter in die Ferne ich mach alles per Hand du machst alles per Hand also per Tastatur nein nein du hast gerade gesagt du machst alles per Hand du machst volle Handarbeit ne na jedes Korn einzeln raus drücken ihr wollt mich wieder zum Husten bringen oder nein ne 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 das war schon also ich denke mal das ist jetzt schon locker zwei drei Folgen her schon wieder so Husten das geht aber gar nicht so wir haben 129.000 ich geh jetzt mal da dran und wir haben 131.000 damit kriegen wir einen neuen Trecker aber ich wollte mal gucken dass wir dann noch genügend Kohle haben für Unterhaltungskosten okay wir haben ein Problem uns fehlen noch 1000 er kostet 132.000 und Koshi wir brauchen noch genügend Geld für Unterhaltung das ist egal da geht dann einfach ein Minus rein und hier ist noch ein Grabshänger am Feld ja ja wieso hast du die Gerste schon abgemäht oder was nein die ist bei mir schon verdort hmmm wat die ist bei mir schon verdottet okay so wie siehts jetzt aus haben wir jetzt den Trecker ne fehlen noch 1000 tausend tausend ja also hier ist ok die Eier weg ich hab grad die Eier weggebracht ich will nur was sagen hier am Felde ist der kleine Hänger voll gleich ich bin unterwegs ja ich gucke dem Seher zu du guckst dem Mann beim Besamen zu nein ich sehe jetzt selber weiter weil das hat ja sonst keinen Sinn der Erde er guckt dem Mann beim Besamen zu ich mach das jetzt selber aber nicht lange weil da flippe ich aus ja so wir gucken mal was wir jetzt hier einen Preis haben also ich könnte für dich jetzt nochmal einmal die Zeit hochstellen für mich? ja damit du wieder wegbringen kannst der Seher hat mir da nicht gefunst rückwärts fahren das ist halt wenn man zum Besamen immer seine Helfer einsetzt ja ne und guck mal und guck mal und schau dass du das richtige pflanzt ja ja das ist ja schon fest eingestellt ja ne aber wenn du raus gehst oder so dann ne? da ist immer drin wenn das einmal eingestellt ist an der Maschine dann passt das also wir müssten jetzt fast 15.000 Raps haben ja sollte eigentlich so sein also ich würde vorschlagen du schnappst dir jetzt mal den großen Hänger und ja du und stellst da mal einen Helfer ein oder ich 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 fahr jetzt mal weg so ja kannst du ja machen weil eigentlich eigentlich hat das ja kein schon wieder ne? also ich stell jetzt als erstes die Missionen aus ähm es hat nämlich keinen Sinn weil wir momentan noch nicht die Gerätschaften haben überhaupt Missionen zu machen wenn die Missionen dann später da sind mach ich dann mal alle zwei Minuten welche damit man einfach mal die Vielfalt der Missionen machen kann naja es sind zwei verschiedene Sorten von Missionen einmal aber unterschiedliche Plätze mhm halt schon ein bisschen schade entweder Mähemissionen oder ja meistens gäbe es so viele Möglichkeiten was die machen könnten früher hatten die noch so ähm Missionen also da hat es ja dann im nicht in eine Karriere sondern in einem ähm so einem normalen Missionsmenü du konntest dann so Sachen machen wie du musst mit diesem äh so da sind wir wieder hallo Chaos ähm wir haben einen kleinen Fail gehabt und zwar ist mir die Aufnahme mittendrin abgeschmiert ohne da ich es gemerkt habe ich habe keine Ahnung warum äh und wir werden euch eben demonstrieren was wir denn Neues gemacht haben so ihr seht also erstmal seid ihr da jaa jaa einer von euch hat ja noch Warte gerufen so ähm erstmal seht ihr wir haben 17.000 Euro wir haben uns ein paar neue Sachen gekauft um ganz genau zu sein ein neues Teil so ihr seht hier sind wir gerade mitten noch an Felder so das haben wir inzwischen dort hinten komplett abgesehen und sind neu am Bepflanzen ich hab alles geerntet super das ist langsam okay hier sind wir auf jeden Fall auch schon haben dieses Feld groß gemacht ich weiß nicht ob das noch in der Aufnahme war wir haben hier halt so ich glaube aber schon ähm das Feld vergrößert und sind hier jetzt halt oder Schwefel ist es am ernten dann haben wir hier unseren Helfer am Laufen der halt unser Feld hier noch am äh vollmachen saß uns fast verrottet weil wir nicht schnell genug waren hier steht eine Spritze ahja und da ist unser Chaos mit unserem neuen Trecker wir haben uns einen Trecker mit Frontlader geholt hab ich überhaupt gespeichert gehabt wo stand der hast du den zurückgesetzt oder was der stand da hinten neben dem Laden beim Aufheben von der Quest ja äh und du kannst direkt raus gehen weil ich gerade direkt eine ähm Mission gekriegt habe wir haben ihn dir äh optimal geparkt genau optimal so wir wir haben nämlich schon zwei eine Quest abgeschlossen und die auch geschafft sonst hätten wir gar keine 17.000 mehr und wir haben uns vorhin noch darüber unterhalten was wir als nächstes kaufen und zwar wollen wir noch einen zweiten Häcksler kaufen äh einen kleinen damit wir einfach etwas schneller sind oder auch äh Schwefel hast du es jetzt akzeptiert ja ich habe es akzeptiert hast du es eingesehen ja ja ist okay Kloschi wir solchen mit zwei Meter schon gleichzeitig ja einer ist auf Helfer nein wir mähen natürlich äh zwei Leute dann aber dann haben wir auch so viel ähm Fahrzeuge dass wir uns demnächst mal wieder jemand einladen können auf jeden Fall ähm ich denke ich werde den Minecraft 953 mal ansprechen ich habe die nächsten drei Tage übrigens Zeit abends wenn eine Frau ist Fernseher im Gucken keine Antwort ich sag bloß wir haben genügend Material ja und wir können doch trotzdem mehr aufnehmen umso mehr wir haben umso Hand haben wir dann halt ne und solange da jetzt kein Elon rauskommt oder ein weltbewegender Patch ist das doch sowieso peng wie viel wir aufnehmen also damit können wir halt bewährleisten dass wir genug Material haben und dass wir auch jeden Tag eine Folge rausbringen jau hätte die Aufnahme richtig geklappt wäre ja noch mehr da das ist sowieso trotzdem noch sau viel so wo müssen wir denn hin boah da unten das dauert natürlich seine Zeit so wir werden das aber schaffen in 3 Minuten 20 bis da unten das schaffen wir locker ja wir fahren nämlich hier extra schon quer durch und fahren dann da über die Felder und ich hoffe wir können dann da so ein bisschen runterfahren hm wie kommen wir denn das wird aber echt oh Entschuldigung ich muss zum Güterbahnhof das wird echt eng ähm hast du das Wachstum wieder auf langsam gestellt? ja da habe ich und die Zeit ist auch auf Echtzeit also müssten wir locker schaffen oh nein es ist jetzt eine Linie vom großen Feld und er hat halt noch drei Viertel von dem ich breche die Mission ab ich ignoriere sie jetzt einfach weil ich bin gerade hinge ich habe das Problem dass mir das Ding gerade von der Schaufel gefallen ist und das ist sowieso kacke weil zum Güterbahnhof sind keine vernünftigen Wege so Pech so kann ich wenigstens helfen beim Material wegfahren ähm ja soviel zum Thema was so hier geschehen ist und ähm ich würde sagen ähm er ach da bist du schon wieder am spritzen ja klar sonst verreckt uns das ja du weißt doch was ich mache Kloschi ja ähm du er verdrischt kleine Kinder ich habe jetzt echt gerade was gesucht was irgendwie ein bisschen kacke sich anhört dafür ja irgendwas perverses naja so ich glaube dieses mitfahren lohnt sich erst wenn du einen größeren hast der eine größere Breit hat wo der dann wirklich passend rausschießt ok jetzt leckt es das ist meistens so wenn jemand da nebenher fährt oder habe ich UPDP vergessen einzustellen UPNP kann auch sein ich es vergessen habe ich hoffe nicht ist das so sehr am lecken bei mir leckt es nicht es war nur wo du nebenher gefahren wurst und jetzt und jetzt leckt es bei mir auch dann müssen wir nochmal neu starten nein müssen wir nicht das geht auch da ja gut wenn ihr das sagt dann machen wir das so ja sonst dauert der Wetter 10 Stunden bis noch alle verbunden sein wegen mir ja genau wegen dir am meisten weil wir nur noch 20 Minuten Aufnahme Zeit haben da sonst naja aber überleg mal Schwafel wir haben jetzt eine Aufnahme von 2 Stunden danach das sind nur 8 Folgen wat? ja fehlt doch jetzt relativ viel ne das sind sogar noch weniger weil ich auf 20 Minuten schneide achso weil du bei Landwirtschaftssimulator einfach ein bisschen höher schneiden musst weil das sonst viel zu wenig ist so ich apropos ich sammle gerade eure Eier ein so ich hab gleich alles gespritzt wirklich alles? ja alles bist du dir ganz sicher? er lässt doch sonst immer seine Helfer dafür laufen hast du das vergessen? achso stimmt so so ihr seht jetzt was passiert wenn du eine Mission nicht schafft zwar vergeigt so und nichts negatives das ist schon mal was gutes ich dachte jetzt kommt ne Geldstrafe ne ne du kriegst es nicht ich weiß nicht wie das auf normal oder auf schwer ist oder auf hart aber gar nix also auf hart weiß ich es nicht aber auf normal passiert gar nichts es gibt glaube ich noch schwer und hart oder? ne nur eine schwer, normal und das was ok ja normal und leicht naja so ist eigentlich wieder oben auf dem Zaun ein Ei ja natürlich es liegt immer auf dem Zaunpfahl ein Ei na dann weißt du wo die alle die Eier legen tja wo hast du denn den Hänger hingeschleppt? den hab ich angehängt ach ja der kleine Hänger ist mit Gerste voll ja ich bring den nicht weg Gerste du meinst ja Gerste ja ja den bring ich mal weg bringst du den weg? irgendwie hatte ich Gerste noch drin gehabt ja ja weil ich das vorhin noch abgeerntet hab haben oder nicht haben das ist hier die Frage ja beziehungsweise die Gerste bring doch direkt hoch zum Mühle sonst ist die weg ne komm ich war doch jetzt nicht wegen 400 hoch ja deswegen doch nur zum Mühle ja trotzdem ja gut sag mal bescheid wenn du leer bist sobald man ein drück mal 4 mach ich doch ich fahre mit der 4 wie viel kmh? 8,9 ja gut ich fahr 10 mit der 4 ja gut ich fahr 10 mit der 4 davor drücken wir auf der 1